Moins in Palmarillos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen hier auf Rapsplay. Ja, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und ein paar Recherchen aus dem Internet geschnappt und einfach mal alles zusammengetragen, was man für das Spiel They Are Billions alles wissen muss, wie man das Spiel in 80 Tagen cleart. Wenn euch das Video gefällt, dann zeigt es mir doch mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen habt oder noch weitere Tipps, schreibt sie doch in die Kommentare. Und wir machen erstmal ein paar allgemeine Tipps und dann später gehen wir mal alles, ja, so tagemäßig durch, was man in den 80 Tagen alles so machen muss, um das Spiel zu gewinnen. Also, legen wir los! In They Are Billions hat man ja allerhand zu verteidigen und da ist es natürlich ganz einfach, seine Einheiten und sowas aus dem Auge zu verlieren und es ist natürlich auch einfach, die Zombies zu übersehen, wenn sie denn in die Bays stürmen und die Gebäude angreifen. Deswegen benutzt auf jeden Fall richtig oft den Pausenbutton, der rettet euch Leben. Also, immer wenn irgendeine Durchsage kommt von dem Sprecher, dann drückt einfach mal die Leertaste, dann wird das Spiel pausiert und dann habt ihr die Chance auf jeden Fall rechtzeitig zu erkennen, dass eure Einheiten oder Gebäude in Gefahr sind und könnt darauf reagieren. Auch ist es natürlich von Vorteil, wenn ihr nicht ganz so weit rauszoomt, weil das Spiel manchmal, ich weiß nicht, ob es ein Bug ist oder ob das so gewollt ist, auf jeden Fall, wenn ihr zu weit rauszoomt, dann erzählt der Sprecher euch nichts mehr über die Figuren, die irgendwie angegriffen werden oder über die Häuser, die angegriffen werden und dann übersieht man das schnell, wenn man nicht immer auf die Map guckt. Dann gibt es noch einen kleinen Trick, wenn ihr manchmal so Hundegebell hört oder so ein Zombie, der stöhnt, dann ist es so, dass ein Zombie in der Nähe gespawnt ist oder vielleicht eure Base angreifen will. Also, wenn ihr Rechtsgebell oder sowas hört, dann könnt ihr euch sicher sein, dass dann irgendwann Zombies spawnen und die dann in eure Base laufen, um euch dann zu attackieren. Also, immer auf die Ohren vertrauen. Kommen wir zu ein paar Tipps, was die Gebäude angeht. Also, wenn ihr Holz abbauen wollt mit der Sägemühle, dann ist es von Vorteil, dass ihr mindestens 10 erwischt. Also, 12 ist natürlich ein richtig guter Spot. Genauso beim Stein, da solltet ihr mindestens ein 4er Spot kriegen. Wenn es nicht anders geht, dann geht es nicht anders, aber ein 4er Spot oder halt ein 5er, was noch besser wäre, ist halt ganz gut. Dann die Fischerhütten und die Jägerhütten, die baut ihr so oft es geht. Die Fischerhütten, wenn ihr zum Beispiel einen kleinen See habt, dann baut am besten zwei Fischerhütten. Die Gebiete der Fischerhütten dürfen sich nicht überschneiden. Also, ihr seht dann den Radius angezeigt. Und baut lieber zwei mit weniger als eine mit viel. Wenn ihr zum Beispiel in der Mitte einen 16er Spot habt, aber rechts und links zwei 12er Spots, dann nehmt lieber zwei Hütten mit zwei 12er Spots als nur einen 16er. Da habt ihr auf jeden Fall mehr von. Baut so viele, wie es nur geht, um das Wasser herum, damit ihr auch immer Nahrung habt. Genauso für die Jägerhütten. Die könnt ihr in grünes Land stellen, also auf die Wiesen quasi. Da habt ihr Farmland, da gibt es ein bisschen Bonus. Und am Wald gibt es natürlich noch mehr. Also, am besten stellt ihr die Jägerhütten zu euren Seegemühlen, damit ihr möglichst viel Ressourcen da rausbekommt. Mit euren Ressourcen müsst ihr auf jeden Fall nicht sparsam umgehen. Also, immer wenn ihr was übrig habt, baut auf jeden Fall Zelte oder Häuser, damit ihr immer mehr Einwohner bekommt. Diese machen ja mehr Gold. Also, je mehr Einwohner ihr habt, desto mehr Steuern könnt ihr einnehmen. Also, immer wenn ihr Geld übrig habt, drückt den Pause-Button, baut neue Gebäude. Immer wenn ein neuer Tick Holz rauskommt oder reinkommt, dann baut neue Gebäude. Baut auch immer neue Truppen. Also, am Anfang könnt ihr immer Archer bauen, zu den Truppen kommen wir gleich noch. Immer euer Geld ausgeben, weil das bringt nichts, wenn es auf der Bank liegt. Ihr müsst es konstant über die ganze Spielzeit ausgeben. Und wenn ihr mit euren Einheiten unterwegs seid, dann vergesst nicht, eure Base trotzdem noch weiterzubauen. Dann ist es noch gut, wenn ihr an jedem Eingang oder an jede Wand, die ihr baut, oder an jede Mauer, die ihr baut, eine Ballista hinstellt. Eine Ballista reicht vollkommen. Wenn da eine Mauer ist, da kommen eigentlich keine Zombies mehr durch. Und was anderes würde ich dann nur an Stellen bauen, wo wirklich viel angegriffen wird, beziehungsweise dann in den letzten Waves. Also, am Anfang reicht eine Ballista, die alles abdeckt. Damit seid ihr auf jeden Fall safe. Und immer Truppen bauen. Truppen, 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 Truppen. Apropos Truppen, wie sieht es damit aus? Also, am Anfang ist es auf jeden Fall gut, wenn ihr direkt auf das Gebäude geht, womit ihr Truppen produzieren könnt. Je schneller ihr das habt, desto besser ist es. Da kommen wir gleich noch bei der detaillierten Runden oder Tageanzahl Dingsbums, kommen wir gleich noch zu. Auf jeden Fall solltet ihr jede Menge Archer bauen am Anfang. So 10 ist ganz gut und dann später so 20 bis 30, damit ihr auf jeden Fall die Map aufräumen könnt. Ihr könnt auch Soldaten bauen, allerdings sind Soldaten, die sind zwar stärker, aber sie haben kürzere Reichweite, sind langsamer und sie sind lauter. Das heißt, sie pullen mehr Zombies, wenn ihr Zombie-Waves oder die herumstehenden Zombies angreift, dann kommen halt mehrere und dann kann der Soldat auf jeden Fall mal in Trouble geraten. Und das ist eigentlich nicht so gut. Zum Verteidigen sind die gut, aber ich würde erst mal auf Archer setzen und später dann richtig viele Sniper bauen. Aber da kommen wir dann später zu. Wie gesagt, erst Archer, so 20 bis 30, damit ihr schon mal das Gebiet, ähm, clearen könnt, um euch da weiter auszubauen und dann später auf jede Menge Sniper setzen. Das ist auf jeden Fall eine richtig gute Sache. Ihr müsst auch auf jeden Fall mit den Archern aufpassen, äh, wenn diese Spucker kommen, dieses grüne Zeugs spucken, also die, ähm, Archer können nur zwei Hits davon, ähm, ab, dann sterben sie. Wenn die Spitter kommen, könnt ihr eure Archer-Gruppe einfach in zwei teilen und dann die eine läuft rum und die anderen schießen auf den. Das könnt ihr generell bei vielen großen, ähm, Waves auch machen, da könnt ihr die mal ein bisschen rumkiten. Also, einer läuft weg und die anderen schießen drauf. Vor den Harpien dürft ihr auch nicht weglaufen, die kommen am Map-Rand, also ganz am Rand. Wenn ihr dahin pusht, ist es sehr gefährlich, da kommen diese Harpien, das sind diese, diese ganz schnell rennenden Hexen. Und, ähm, die laufen schneller als ihr. Also, wenn ihr vor denen weglauft, dann springen die euch in den Rücken und töten euch. Dann müsst ihr dann stehen bleiben, könnt ihr die Stopp-Taste benutzen und, äh, die müsst ihr schnell, ähm, töten, ja. Also, das führt keinen Weg vorbei, ihr könnt nicht wegrennen, ihr müsst sie schnell töten. Ähm, jo. Und dann gibt's natürlich auch noch was, äh, krasses, diese Zombie-Villages. Diese Städte, die ihr manchmal seht, mit diesen zerstörten Häusern. Da gibt's ein paar Tipps, ähm, ja, die erzähl ich euch mal, die Tipps. Also, wenn ihr so eine Zombie stattfindet und die steht auch noch nah an eurer Base, dann ist es ratsam, ähm, eine Doppel-Wall hinzubauen, also doppelte Mauern und zwei Ballistas, ja. Zwei Ballistas. Ähm, wenn ihr die Zombies, die in der Nähe von den Häusern stehen, anschießt, dann kommen die Zombies und, ähm, je mehr ihr triggert, desto mehr Zombies kommen da auch raus. Also, die kommen dann auch aus den Gebäuden und kommen dann konstant immer raus. Je mehr ihr dagegen fightet, desto mehr kommen. Also, es ist auf jeden Fall ratsam, dass ihr, ähm, eine Doppelmauer habt und, äh, zwei Ballistas, die euch den Rücken frei halten. Und dann könnt ihr später, wenn ihr mehr Einheiten habt, könnt ihr die so ein bisschen rauspullen und dann zur Mauer. Solltet ihr aus Versehen dieses Gebäude angeschossen haben und da kommt die ganze Wave raus, also eine riesen Zombie-Horde, dann rennt mit dem Archer oder wer auch immer, am besten ist natürlich ein Archer, rennt die einfach weg und, äh, versucht die weit weg von eurer Base, äh, von eurer Base wegzulocken. Weil, wenn die in eure Base rennen, dann habt ihr meistens verkackt, wenn ihr nicht genügend Tower habt. Wie gesagt, eine Doppelmauer und zwei Ballistas ist auf jeden Fall eine Minimum-Verteidigung. Später, wenn ihr mehr Einheiten habt, dann könnt ihr auf jeden Fall, ähm, ja, versuchen, die Gebäude kaputt zu schießen, indem ihr die Ballistas in eurem Rücken habt und dann pulltet die langsam raus. Geht natürlich gut mit Snipern, wenn die im Schutz der Ballistas stehen und mit dem Sniper pullt man einfach die ganze Zeit die Zombies da raus, dass immer einzelne Zombies kommen oder halt immer nur, weiß ich nicht, fünf oder mal zehn oder so und die Ballistas knallen die dann ab. Ähm, im Early-Game würde ich mich halt nicht so damit beschäftigen, einfach eine Mauer hinbauen und chillen, lasst die einfach stehen, guckt, dass das bewacht ist, dass da nichts passieren kann, dass es schön abgeschirmt ist und, ähm, haltet euch nicht zu lange daran auf, denn es kostet sehr viel Zeit und gerade wenn ihr in 80 Tagen spielt, dann ist es schnell mal, dass ihr zu viel Zeit verloren habt, zu viele Ressourcen dafür aufgebracht habt und, ähm, die Zeit hättet ihr nutzen können, um euer Gebiet zu erweitern oder halt mehr zu forschen und, ähm, ja, neue Ressourcen zu bekommen und sowas. Deswegen einfach eine Mauer hinbauen, zwei Ballistas hinbauen und erstmal chillen, bis ihr genügend Sniper oder sowas habt, um die dann später alle fertig zu machen. Also da könnt ihr euch ein bisschen Zeit mitlassen und einfach schön gechillt verteidigen. Noch ein paar kleine Tipps am Rande. Ähm, Watchtowers oder später diese Radartürme sind sehr gut, um, ähm, einfach Sicht zu bekommen über die ganze Map. Die könnt ihr an eure Mauern stellen, um einfach weit, ähm, zu sehen oder, ähm, die Zombies einfach zu spotten, wenn sie euch angreifen. Da habt ihr auf jeden Fall mehr Vision. Das ist besser, als wenn ihr einfach, ähm, den Nebel des Krieges direkt vor eurer Base habt und nicht wisst, was da überhaupt rumsteht. Ähm, die Queries sind auf jeden Fall sehr nützlich, um Steine und Eisen zu bekommen. Baut auf jeden Fall so viele, wie es geht davon, weil ihr werdet im Late Game sehr, sehr viel davon brauchen. Also, selbst wenn ihr nur ein Einser- oder ein Zweierspot habt, macht es. Es ist besser als nichts. Ihr müsst so viele Queries wie nur möglich bauen. Genauso ist es, wenn ihr eure Zelte oder eure Häuser, Steinhäuser, was ihr auch immer dann habt, ähm, baut, baut am besten immer Zweier rein und baut die in einem großen Viereck, sodass ihr später in der Mitte einen Markt und, ähm, ja, das andere Gebäude da bauen könnt. Ich hab grad den Namen vergessen. Im Markt und, äh, ne Bank zum Beispiel. Ähm, dann kriegt ihr auf jeden Fall viel mehr Gold, ähm, je mehr Gebäude ihr da mit bedeckt mit diesem Radius. Also, ich denke, wisst ihr alle, was die Gebäude machen. Also, baut, ähm, vorher schon oder plant vorher schon, wie ihr eure Zelte anordnet, dass es ein großes, großes Viereck ist mit Zweier rein, dass ihr in die Mitte die, die Bank und, äh, den Markt stellen könnt. Gut ist es auch, wenn ihr später drei Märkte habt, denn je mehr Märkte ihr bekommt, desto teurer könnt ihr später auch die Waren verkaufen, die ihr habt, ja. Also, wenn ihr Überfluss habt, dann, äh, verkauft der Markt die Dinge und dann kriegt ihr auch Gold dafür. Und je mehr Märkte ihr habt, desto günstiger werden die Sachen im Einkauf und desto teurer werden die im Verkauf. Also, da kriegt ihr auf jeden Fall viel Gold. Ähm, wie gesagt, so drei Märkte sind am Ende sinnvoll. Bänke könnt ihr dann, ähm, so viele bauen, wie ihr halt Häuser habt und die halt da reinpassen. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipps, um sehr, sehr viel Einkommen zu generieren. Genauso ist es mit den Sägemühlen. Seid nicht sparsam, ähm, mit dem Holz. Ähm, später braucht ihr natürlich sehr, sehr viel Steine. Deswegen sind Queries im Late Game für die Final Wave auf jeden Fall wichtiger. Und, äh, damit seid ihr dann auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Dann gibt es noch so eine kleine Formation, über die ich sprechen will. Die nennt sich eine Killbox. Habe ich vorher auch noch nie gehört, bevor ich dieses Spiel gespielt habe. Und, ähm, eine Killbox ist quasi so wie eine V-Formation, wo die Zombies dann in das V hereinlaufen. Also, aus Mauern und, äh, verteidigende Gebäude. Die, ähm, laufen dann in die V-Formation rein und werden dann von rechts und links und von vorne natürlich beschossen. Das ist besser, als wenn die gegen eine gerade Mauer laufen. Also, wenn ihr sowas bauen wollt, ist es natürlich immer besser. Äh, es klappt natürlich nicht an allen, ähm, Stationen oder an allen, äh, Flächen, wo ihr verteidigen wollt. Dann hab ich noch einen Tipp, ähm, bezüglich den Advanced Buildings. Das sind quasi die erweiterten, ähm, Gebäude. Es gibt erweiterte Farmen, erweiterte Queries und sowas, die dann halt mehr Ressourcen rausholen. Ähm, die würde ich nicht benutzen, weil die sind sehr, sehr teuer. Und, äh, für den Preis lohnt es sich eigentlich nicht, die ganzen Dinger so aufzuwerten. Es ist besser, wenn ihr einfach ganz viele billige baut. Ähm, da habt ihr auf jeden Fall mehr von. Auch mit dem Kraftwerk könnt ihr vielleicht am Ende, wenn ihr viel Energie habt oder viel Energie braucht, könnt ihr da mal welche stellen. Die kosten allerdings die ganze Zeit Ressourcen, die ihr natürlich auch für Wände, für Einheiten und sowas braucht. Ihr wollt ja auch das ganze Spiel über immer weiter Einheiten produzieren. Und da ist es besser, ähm, ihr baut einfach die, die normalen Mühlen anstatt die, die, ähm, ja, die erweiterten Mühlen oder wie auch immer man die nennt. Und, ja, ähm, ihr haltet natürlich auch Ausschau nach Choke Points von Anfang an. Choke Points, also Choke to Choke heißt quasi wirken. Ähm, das sind Punkte, die quasi natürlich verengt sind. Ähm, zum Beispiel ein Wald oder die Felsen oder ein, ähm, ein See oder Wasser generell. Äh, wenn ihr da so Punkte seht, die ihr leicht verteidigen könnt, dann baut da auch eine Verteidigung hin. Nicht, dass ihr später irgendwie drei Kilometer Mauern bauen müsst um eure Base. Da nutzt auf jeden Fall einfach die natürlichen, ähm, Begebenheiten der Map. Die wird ja sowieso immer Zufall generiert und da sucht ihr euch einfach nach schönen Choke Points aus. Und auch euer Gebiet erweitert ihr dann immer nur dahin, wo ihr mit möglichst wenig Mauern und möglichst wenig, äh, Einsatz an Ressourcen was verteidigen könnt. Also immer enge Durchgänge suchen, die ihr dann verteidigt und dann nutzt das freie Feld, was ihr bis dahin, ähm, euch freigeschossen habt, um neue Häuser und, ähm, mehr Ressourcen abbauen zu können oder dann halt da hinbauen zu können. Jo, dann könnt ihr auch, äh, später Double-Double-Mauern benutzen. Also quasi, ähm, zwei, man kann zwei Mauern voreinander bauen und danach ist erstmal Ebbe. Man kann nicht drei Mauern, äh, nebeneinander bauen oder voreinander. Dann könnt ihr quasi eine, eine, äh, Reihe freilassen. Da könnt ihr dann auch diese Spikes oder diese Wires benutzen, die verlangsamen die Zombies, was natürlich auch sehr gut ist. Das bringt euch Zeit. Und dann könnt ihr davor wieder eine Mauer bauen. Also da könnt ihr quasi zwei Mauern, ähm, hintereinander bauen und die dann mit, äh, Tauern, ähm, schützen. Ja, mit, ähm, den Ballistas. Ich würde auch die Ballistas nicht aufwerten vor der letzten, also erst bei der letzten Wave, wenn alle kommen. Weil, äh, vorher reichen die Ballistas eigentlich, um alles zu verteidigen. Da ihr ja sowieso konstant die ganze Zeit Einheiten baut, könnt ihr die Einheiten immer dahin schicken, wo ihr die Ballistas auf jeden Fall braucht. Im Late Game, da kommt ihr ja mit einem Thanatos, das ist dieser Typ, der Raketen schießen kann. Und der macht ja schön viel Splash-Damage. Und wenn ihr ganz viele davon habt, dann könnt ihr die immer da einsetzen, wo ihr sie braucht. Da spart ihr Ressourcen und könnt einfach dann, wenn jetzt die Welle aus dem Norden kommt, dann schickt ihr die in den Norden, stellt ihr hinter die Double-Double-Wall zu den Ballistas und dann kriegt ihr eigentlich alles verteidigt. Sniper habt ihr ja auch einen ganzen Arsch voll bis dahin. Und wenn die nächste Wave dann halt aus dem Osten kommt, dann schickt ihr die Typen halt in den Osten. Das ist auf jeden Fall günstiger und besser zu spielen, als wenn ihr, äh, direkt überall die, ähm, die Elektro-Tower, diese Shock-Tower dahin stellt, die natürlich sehr viel Strom fressen und sehr teuer sind. Und deswegen würde ich diese Shock-Tower auch erst, ähm, ganz im Late-Game irgendwo hinbauen, wo ihr denkt, okay, hier kommen sehr viele hin, da werden immer, wird immer viel angegriffen, dann baue ich da lieber mal einen Shock-Tower hin. Weil der wirkt natürlich Wunder, kostet aber einen Arsch voll, ne? Und in der letzten Wave oder vor der letzten Wave könnt ihr eure Ballistas dann, ähm, aufwerten, äh, in diesen, in diesen, ähm, Gatling-Turm, der da reinballert, der macht auch ein bisschen Splash-Damage. Der ist natürlich, ähm, teuer, aber hält natürlich auch viel mehr Gegnerwellen ab und damit seid ihr auf der sicheren Seite, wenn ihr dann später Double-Double-Mauern plus diese ganzen, ähm, aufgewerteten Ballistas habt. Jo, wenn doch mal, ähm, Einheiten durch eine Mauer brechen sollten, dann, äh, gebt nicht sofort auf. Ihr könnt während des, ähm, Kampfes oder während ihr angegriffen werdet und ihr seht, dass die Mauer vielleicht nicht hält oder eure Einheiten hinter der Mauer stehen, dann lasst die Einheiten nicht einfach da stehen, sondern fangt an, eine zweite Mauer zu bauen. Ihr könnt natürlich nicht die Mauer da bauen, wo die Zombies sind, sondern ihr müsst dann einfach ein bisschen weiter zurückgehen. Ihr fallt einfach ins Landesinnere, baut dann eine neue Mauer hin aus Holz oder Stein, je nachdem, was ihr gerade habt, und baut so viel, wie das da geht und platziert eure Einheiten nochmal dahinter. Das heißt, eure erste Defense fällt vielleicht, aber dann baut euch einfach ganz schnell eine zweite, ähm, Defense. Und dadurch, dass ihr, wie schon hundertmal gesagt von mir, die ganze, das ganze Spiel über immer nur Einheiten produziert, könnt ihr diese Einheiten natürlich verwenden, um, äh, zurückzufallen und dann nochmal eine zweite Defense aufzubauen und dann während dem Fight, ähm, nochmal darauf reagieren zu können. Wenn da mal ein paar Gebäude draufgehen, dann reißt die umliegenden Gebäude ab, weil immer, wenn ja ein Gebäude infiziert wird, dann kommen ja die Worker, die da drin sind, als Zombie raus. Die rennen dann zum nächsten Gebäude und infizieren immer mehr. Ja, deswegen reißt einfach die ab, die da rumstehen, die gefährdet sind, die ihr abreißen könnt. Baut Mauern dahin, ihr könnt auch random einfach Mauern irgendwo hin platzieren, dass die Zombies da angreifen, weil die schlagen dann einfach gegen die Mauer. Und, äh, dann habt ihr mit euren Einheiten sehr viel Zeit, noch weiter zu verteidigen. Einfach immer die Stopptaste drücken und dann gucken, was ihr macht, ähm, benutzt die Stopptaste so viel, wie es geht und dann einfach ins Landesinnere fallen und dann wie so ne, wie so ein Zwiebelsystem einfach nochmal, äh, eine Defense aufbauen mit Mauern, wo die Einheiten dahinter stehen. Das ist eigentlich eine sehr gute Taktik, damit man das Ruder nochmal rumreißen kann. Funktioniert auch bei der letzten Wave. So, bevor wir jetzt zur Tagesübersicht kommt, also was ihr bei welchem Tag gebaut haben solltet oder was ihr als nächstes baut, ähm, das ist vielleicht ein kleiner In-Death-Guide, ähm, für euch. Schauen wir erstmal, wie ihr die Map cleart. Also ihr schickt, ähm, eure Archers oder eure Sniper, je nachdem, was ihr gerade habt, schickt ihr los und greift immer die Zombies an, die in der, in eurer Sicht, in euren Sichtfeld sind. Also nicht einfach irgendwo in den Schatten schicken, wo dann, wo ihr nicht wisst, was da abgeht, sondern immer die Zombies einfach, ähm, angreifen, die ihr sehen könnt. Schickt eure Archers einfach ein Stück nach vorne, lasst sie da stehen und lasst die erstmal ne Runde clearen. Immer eure Archers im Auge behalten, immer die Stopptaste drücken, falls irgendwas abgeht. Ihr seht ja, ähm, wenn der Sprecher euch warnt, dass irgendwas kommt, dann drückt die Stopptaste, zieht euren Archer ein bisschen zurück, lasst die erstmal wieder clearen und dann schickt ihr sie weiter vorne, nach vorne. Wenn ihr später ne Riesen, äh, Einheiten, äh, oder einen Riesen-Wave an Einheiten habt, ähm, zum Beispiel Snipers, dann könnt ihr die auch chasen lassen. Allerdings passiert es bei dem Chase-Button oft, dass sie sich splitten und dann habt ihr schnell mal ne Harpier oder sowas, die euren Sniper einfach mal das Licht ausknipst und dann habt ihr ein Problem. Deswegen einfach immer nur gucken und, ähm, die Einheiten manuell irgendwo hinschicken und dann da erstmal aufräumen lassen, wieder ein bisschen zurückfallen, wieder ein bisschen reinschicken, das müsst ihr am besten manuell machen. Ähm, ihr müsst auch aufpassen, die Zombies in diesen schwarzen Anzüge, diese Smokings, äh, anhaben. Also wenn da, weiß ich nicht, so fünf Stück auf einmal kommen, dann ist es schon gefährlich, da müsst ihr aufpassen, denn die halten mehr aus als die normalen Zombies. Und ihr müsst natürlich aufpassen, wenn ne ganz große Welle kommt, also die Archer pullen zwar nicht so viel, aber manchmal kommt auch ne Riesenwelle, äh, wenn ihr aus Versehen an der Stadt seid oder sowas, dann zieht euch zurück und schickt die zur nächsten Mauer, um nicht eure Archers zu verlieren. Und, ähm, ihr bekommt dann Rückendeckung von euren Ballistas, die ihr dann an die Mauern gebaut habt, an den Choke Points und dann seid ihr eigentlich safe. Und dann könnt ihr von da aus dann wieder weiter ins, äh, Landesäußere gehen, um dann da weiter aufzuräumen. Ihr müsst auch konstant immer die Map leer räumen, denn bei der letzten Wave kommen alle Zombies, die überall sind und greifen euch an. Und je weniger Zombies am Ende auf der Map stehen, desto besser könnt ihr die letzte Wave verteidigen und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Also kommen wir zum Übersichtspart, äh, über die 80-Tage-Version und starten einfach mal mit dem Anfang, mit Tag 1 quasi, da macht ihr einfach erstmal Pause, schickt eure Archers und euren Soldaten in verschiedene Richtungen, um einfach mal einen kleinen Überblick zu bekommen, wo die Zombies stehen und natürlich, ähm, um zu gucken, wo ihr hin expandiert. Dann baut ihr als erstes eine Fischerhütte oder, ähm, eine Jägerhütte an eine Stelle, wo ihr viel Futter bekommt. Als nächstes könnt ihr dann vier Zelte bauen, wenn ihr mehr Gold bekommen habt und dann baut ihr eine Sägehütte, um, ähm, auch schon Holz zu bekommen. Also dann fangt ihr auch an, eure Archers, äh, mit euren Archers ein bisschen Zombies, äh, zu töten, damit die auch schon mal anfangen können zu leveln, damit ihr die auch Veteranen bekommt. Da sind sie auf jeden Fall ungefähr doppelt so stark wie vorher. Und dann könnt ihr auf jeden Fall richtig gut, ähm, anfangen zu leveln und erstmal eine Übersicht bekommen, wo oder an welchen Choke-Points ihr später eure Verteidigung, ähm, errichten wollt und in welche Richtung ihr euch auf jeden Fall ausbreiten wollt, wo Zombiestädte sind, wo Riesenzombie-Horden sind und so weiter. Dann, ähm, könnt ihr auch die Patrouillen-Funktion nutzen von euren Archers, um größere Gebiete abzudecken. Dann könnt ihr die hin und her laufen lassen, um, ähm, eure Base auf jeden Fall sicher vor Zombies zu haben. Und, äh, dann startet ihr auf jeden Fall und macht auf jeden Fall richtig viel Futter und, ja, immer so weiter. Bei Tag 2 bis 5 ist es gut, dass ihr, ähm, Fischer- und Jägerhütten so viel baut, wie es nur geht. Baut so viele Zelte, bis ihr kein Food mehr habt. Und, ähm, also, wenn ihr euer maximales Food rausgeholt habt, was, was das umkreist, kommen wir zu Tag 5 bis 10. Also euer Goldeinkommen sollte 200 bis 400 sein. Ähm, baut auf jeden Fall so viele Zelte wieder, bis euer Futter leer ist. Ähm, ein Woodshop solltet ihr bauen, damit ihr, äh, schön starten könnt, ähm, um was zu erforschen. Ähm, dann erforscht ihr auf jeden Fall die Farm, dann nutzt ihr das Farmland, um mehr Food zu bekommen. Dann den, äh, Markt solltet ihr dann noch erforschen, äh, um dann halt eure Ressourcen verkaufen zu können, die ihr zu viel habt. Und, äh, die Ballista könnt ihr danach erforschen, damit ihr euch verteidigen könnt, aber das sollte eigentlich auch mit den Archern sein. Ähm, Archer könnt ihr. Immer weiter bauen, immer weiter bauen, immer weiter bauen. Und natürlich, ähm, ja, diese Fischerhütten und, äh, Hunterhütten überall, wo ihr Platz dafür habt. Also immer schön, ähm, Food mehr bekommen, damit ihr auch immer mehr Einheiten bauen könnt. Und, ähm, also bei der Farm, wenn ihr die baut, eine 50er sollte es schon drin sein. Es gibt auch 62, ist, glaub ich, das Höchste oder 64 oder sowas. Ähm, eine 50er sollte auf jeden Fall drin sein. Darunter würde ich jetzt nicht, äh, unbedingt bauen, außer es geht nicht anders. Dann könnt ihr auch eine 40er nehmen oder so. Ähm, da geht natürlich, ja, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Also, je mehr Ressourcen ihr rausholt, desto besser. Und natürlich könnt ihr dann, ähm, alles mit Mauern eindecken, wo ihr euch halt, ähm, unsafe fühlt, um dann eure Base zu verteidigen. An Tag 10 müsst ihr euch auf die erste Wave vorbereiten. Da könnt ihr einfach eine Double, äh, eine Double Wall irgendwo hinbauen und eine Ballista, wenn ihr schnell genug seid, um sie zu, ähm, also wenn ihr sie schon erforscht habt. Ansonsten einfach eine Mauer bauen und die mit euren Archers verteidigen. So, dann kommen wir zu Tag 10 bis 18. Also ihr solltet ungefähr 300 bis 500 Gold haben und den Markt erforscht haben, um den dann in die Mitte von euren Häusern zu platzieren. Das habe ich euch ja vorhin schon erklärt. Dann, ähm, die Holzhäuser solltet ihr erforschen, damit ihr auch, ähm, eure Häuser oder halt, ähm, die Zelte upgraden könnt, um Platz zu sparen. Könnt ihr auf jeden Fall sehr viel, äh, Worker und sowas damit generieren. Ihr müsst auf jeden Fall Queries bauen und Mills, äh, alles, was ihr benötigt, um mehr Ressourcen zu bekommen. Und dann natürlich eure Häuser zu updaten, um immer genug alles, äh, zu haben. Ja, Tag 10 bis 18 braucht ihr auf jeden Fall auch einen Stone Workshop, wenn ihr alles, äh, genug habt, also genug Ressourcen habt. Immer weiter Archers bauen, ähm, überall, wo ihr einen Chokepoint habt und eine Mauer gebaut habt, baut ihr dann halt auch eine Balliste hin, damit ihr alles verteidigen könnt. So, dann könnt ihr natürlich auch immer weiter die Zombies clearen, was natürlich, äh, immer Priorität auch haben sollte, damit ihr auch immer weiter expandieren könnt. Da könnt ihr auch eure Archer-Armee, die ihr bis dahin aufgebaut habt, ähm, benutzen und die einfach große Waves clearen lassen. Und, ähm, wenn ihr einen Punkt habt, wo sehr viele sind, dann hört einfach auf zu expandieren, sondern cleart erstmal alles und schaut, dass ihr auf jeden Fall immer safe seid und schaut, wo ihr als nächstes hin wollt. Also, wenn ihr jetzt zum Beispiel Eisen braucht, ihr habt wenig Eisen, dann, ihr seht irgendwo Eisen, dann cleart als erstes das, äh, wo ihr hin expandieren wollt und nicht einfach irgendwas, sondern es muss schon immer einen Sinn haben, wo ihr dann, ähm, hin expandiert. Ja, dann, äh, bis Tag 18 solltet ihr auf jeden Fall auch die Sniper erforscht haben und dann hört ihr auf, die Archers zu erforschen, wenn ihr die Sniper erforscht habt und fangt an, nur noch Sniper zu bauen. Ganz, ganz viele. An Tag 18, wenn ihr den erreicht, müsst ihr euch für Welle 2 vorbereiten und, äh, du solltest auf jeden Fall so 10 bis 20 Archers bis dahin haben, dann könnt ihr die, äh, Wave mit einfach Mauern und ohne Türme auf jeden Fall, ähm, verteidigen. Wenn ihr natürlich einen Turm habt, dann ist es natürlich auch einfacher für euch. Habt ihr dann die zweite Welle gecleart, kommen wir zu den Tagen 18 bis 26. Da solltet ihr auf jeden Fall 500 bis 1000 Goldeinkommen haben, ihr solltet den Stone Workshop haben, ihr solltet die Bank erforschen, damit ihr die, ähm, neben den Markt stellen könnt, um, ähm, um richtig viele Häuser zu erreichen, damit ihr auf jeden Fall richtig viel Geld bekommt. Dann könnt ihr ein Warenhaus platzieren, dann habt ihr auf jeden Fall mehr, ähm, ja, mehr Speicherplatz, um Ressourcen zu speichern. Ihr solltet auf jeden Fall am Ende des Spiels zwei Warenhäuser haben, ähm, ja, dann könnt ihr auf jeden Fall ganz viel euch expandieren. Ihr nehmt die Sniper und cleart ganz viel, ähm, Land, Zombie Waves und dann, äh, startet ihr auf jeden Fall, um neue Gebiete zu erforschen. Ihr müsst euch jetzt immer weiter expandieren. Ihr solltet dann auch Steinhäuser erforschen, Tag 18 bis 26. Ihr solltet Stein, äh, Mauern erforschen. Und natürlich die Powerplant, äh, weil die Mühlen, die können auch nicht nebeneinander stehen. Also die haben auch immer so ein Radius, wo die Mühlen nebeneinander stehen können. Und, äh, mit dem Powerplant, hab ich ja vorhin erklärt, könnt ihr auf jeden Fall mehr, äh, Strom produzieren. Allerdings kostet das halt auch Ressourcen. So. Dann könnt ihr auf jeden Fall immer weiter eure Häuser upgraden, immer mehr Sniper bauen und, äh, immer weiter Land clearen, wie gesagt. Tag, äh, 26 kommt dann die Wave 3. Da müsst ihr euch dann auch vorbereiten. Ihr könnt ja, ähm, Archers und Snipers dann da hinstellen, wo die hinkommen. Ihr könnt dann, äh, eure Holzmauern in Steinmauern upgraden. Und dann könnt ihr die eigentlich mit euren Snipern und eurer Ballista, die dann da steht, und euren Archern, könnt ihr die Wave verteidigen. Dann kommen wir als nächstes zu Tag 26 bis 34. Also wir sind schon fast bei der Hälfte. Äh, das Goldeinkommen sollte 800 bis 1500 sein. Immer weiter ausbauen, immer weiter Land gewinnen, immer weiter Queries bauen, immer weiter Segemühlen bauen. Und, ähm, dann könnt ihr ja gucken, dass ihr vielleicht auch ne zweite Stadt anfangt. Also ne Stadt, äh, meine ich, dass ihr da Zelte aufbaut. Und dann könnt ihr da später auch noch einen Markt und sowas hinstellen. Ähm, am besten ist, ihr baut dann auch mehr Ballistas, wenn das Geld es zulässt. Also dass ihr an jedem Chokepoint, den ihr verteidigen müsst, auch zwei Ballistas stehen habt. Denn ihr wollt die später dann auch auf die Executioner, ähm, oder Executor, Executioner, wie auch immer die heißen, ausbauen. Also eine Ballista ist dann irgendwann auch zu wenig. Baut dann auf jeden Fall zwei an jede Wall, die ihr verteidigen müsst. Und, ähm, da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, dass, ähm, eure Ballista auch überall hinschießen kann. Weil zum Beispiel ein Wald oder ein Stein, also so ein großer Berg, die, ähm, können zwischenzeitlich, was heißt zwischenzeitlich, die können auf jeden Fall die Sicht, das Sichtfeld von euren Ballistas blockieren. Da müsst ihr die so stellen, dass sie auch überall hinschießen können. Also wenn ihr dann zwei, ähm, Ballistas habt, dann guckt, dass die eine nicht irgendwie, äh, um die Ecke schießen muss, was natürlich nicht geht. Immer weiter Sniper bauen natürlich die ganze Zeit und, äh, wenn ihr dann Tag 26 bis 34 überall zwei Ballistas habt und, äh, die Wave verteidigt habt und sowas, dann kommt natürlich auch an Tag 34 schon Wave 4. Und, äh, die könnt ihr dann eigentlich mit einer Doppelsteinwand und euren, ähm, zwei Ballistas und den Archers und Snipers verteidigen. Ähm, dann geht's weiter, Tag 34 bis 41. Goldeinkommen sollte 1200 bis 2000 sein, wenn ihr jede Menge Zeugs erforscht habt und, beziehungsweise eure Häuser immer weiter ausgebaut habt. Dann bekommt ihr auch sehr viel Gold und die, dann den Markt habt ihr ja da stehen und die Bank. Und, ähm, dann könnt ihr das Foundry erforschen, ihr könnt dann, ähm, die Ölplattform erforschen und dann langsam ans Öl gehen. Öl gibt euch auf jeden Fall auch sehr viel Geld, ähm, und natürlich braucht ihr das fürs, äh, Engineering. Da könnt ihr auf jeden Fall Thanatosse oder Titans erforschen. Ich würde Thanatosse empfehlen, die hauen richtig rein mit ihren Raketen. Und dann baut ihr einfach eure Base immer größer, immer fetter und immer geiler, damit ihr auch jede Menge Ressourcen bekommt. Also ihr müsst am Ende auf jeden Fall eine richtig, richtig riesige Base haben, damit ihr auch richtig, richtig viel Ressourcen bekommt. Denn eine kleine Base macht nicht viel Ressourcen, macht nicht viel Einheiten, macht nicht viel Türme. Habt ihr zwar weniger Space zum Verteidigen oder was ihr verteidigen müsst, aber natürlich auch viel mehr, viel weniger Ressourcen. Und bei der Masse an Zombies später braucht ihr richtig, äh, doll Ressourcen. Dann kommt an Tag 41 die nächste Wave, die fünfte Wave ist es dann, ähm, da habt ihr ja zwei Ballistas überall stehen. Ihr habt eine Doppel-Stone-Wall, wenn ihr alles, ähm, oder wenn ihr den Bereich, ähm, ausgebaut habt, wo die, ähm, Wave kommt. Also sagen wir, die kommt vom Norden, dann baut ihr da eine Doppel-Stone-Wall hin und zwei Ballistas plus eure Truppen, die ihr dann habt. Und die stellt ihr einfach da hin und dann dürftet ihr das eigentlich verteidigt bekommen. Dann geht's bis Tag 47 weiter. 1.500 bis 2.500 Gold solltet ihr haben. Ähm, immer weiter Thanatosse bauen. Sniper braucht ihr bis dahin eigentlich nicht mehr. Ähm, Titans kann man auch bauen, aber Thanatosse finde ich halt ganz cool, weil die sind ein bisschen billiger. Dann braucht ihr natürlich alle Ölfelder, die ihr bis dahin habt. Das versteht sich eigentlich von selbst. Und, ähm, ihr solltet auf jeden Fall, äh, die Hälfte der Map bei Tag 47 schon eingenommen haben. Und, ja, ihr könnt dann auch ein bisschen weiter rausbauen, um Ressourcen zu holen. Auch wenn ihr das nicht unbedingt mit Türmen verteidigen könnt. Aber ich denke, mit Einheiten kriegt ihr das auf jeden Fall, ähm, gecleared. Ja. Bis Tag 47 solltet ihr auf jeden Fall die, ähm, also weiter starten, die ganze Map zu clearn. Denn langsam gehen wir ins Endgame. Immer weiter die ganze Map, ähm, clearn. Und dann natürlich mit den Snipern und den, äh, Thanatosen könnt ihr dann auch die, äh, Zombie-Burgen oder Städte oder wie auch immer man die nennen will, die Zombie-Dörfer auf jeden Fall wegbolzen. Die spawnen immer vier Random-Ressourcen pro Haus. Da kriegt ihr auf jeden Fall einen schönen Ressourcen-Boost, wo ihr euch dann bei Tag 47 auf die sechste Welle, äh, vorbereiten könnt. Und, ähm, ich denke, die Welle 6 ist eigentlich kein Problem, weil ihr bis dahin sehr viele Thanatosse und Titans und Sniper und sowas gebaut habt. Und die cleart dann die Wave eigentlich ganz gut. Tag 47 bis 54, ähm, ihr solltet da 2000 bis 3000 Gold-Einkommen haben, ähm, die Map immer weiter clearn, alles weiter ausbauen, immer weiter Truppen bauen und, ähm, mehr Ballistas, um eure Verteidigung aufrechtzuhalten, die ihr dann später in Executioner umbauen könnt. Tag 54, äh, 54 kommt dann die nächste Wave, die Wave 7, die macht ihr einfach platt. Und bis Tag 60 solltet ihr über 3000 Gold-Einkommen haben und dann macht ihr einfach immer weiter wie bisher. Viel Neues gibt's dann nicht. Bei Tag 60 kommt dann die Welle 8 und dann, ähm, solltet ihr eigentlich eine riesengroße Base mittlerweile haben. Alle Ressourcen abbauen, überall Queries hinstellen, Sägemüllen hinstellen, immer weiter Strom bauen. Guckt, dass euer Strom nie leer geht. Und dann macht ihr an Tag 66 die Wave 9 und dann müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, dass ihr eure, ähm, Ballistas upgradet in die Executioner. Und dann kommt ihr natürlich zu, äh, Tag 72 irgendwann. Da könnt ihr dann aufhören, eure, ähm, eure Zelte oder was auch immer, eure Steinhäuser und sowas upzugraden. Da müsst ihr euch jetzt auf jeden Fall schon auf die Verteidigung der letzten Welle vorbereiten. Und, ähm, ja, was machen wir bei der letzten Welle? Ja, die letzte Welle ist das Allerschwerste im Game, weil die Zombies halt von überall kommen. Ihr solltet bis dahin auf jeden Fall alles geklirrt haben, was außenrum steht. Auf jeden Fall behaltet die Nerven, drückt ganz oft die Pause-Taste und guckt, wo ihr eure Einheiten platziert. Also, eure Tannertosse und Sniper und sowas stellt die überall dahin, wo ihr denkt, ihr habt wenig Verteidigung. Ähm, und da, wo ihr viel Verteidigung habt, ähm, da stellt ihr dann entsprechend weniger Einheiten hin. Immer schön die Pause-Taste drücken, um zu gucken, wo ihr eure Einheiten als nächstes hinschiebt, wenn ihr zum Beispiel im Osten angegriffen werdet. Oder da die Einheiten als erstes eintreffen und ihr denkt, okay, das schaffe ich mit den Türmen, die da stehen. Und mit den Einheiten, die da stehen, dann zieht ein Teil der Einheiten ab und stellt die dann zum Beispiel in den Süden, wo ihr mehr, äh, Verteidigung braucht. Dann, äh, denkt auf jeden Fall an die Fallback-Lines. Also, es kann auch mal Sinn machen, dass ihr einfach ein Stück der Base aufgebt, baut eine neue Mauer irgendwo in die Mitte der Base hin, stellt da ganz viele Einheiten hin, die ihr sonst woanders nicht mehr braucht. Und, äh, versucht da einfach eine zweite Linie aufzubauen, die ihr dann, ähm, verteidigen könnt. Die Zombies wollen natürlich immer in euer Haupthaus, das ist das Ziel der Zombies. Deswegen, das muss auf jeden Fall stehen, der Rest ist scheißegal, denn wenn ihr D-Wave besiegt habt, habt ihr das Spiel gewonnen. Also, es ist auch Wurst, wenn da irgendwie die Hälfte der Base bei drauf geht, Hauptsache ihr kriegt am Ende das Haupthaus verteidigt mit den Einheiten, die ihr habt. Ähm, ihr müsst dann gucken, dass ihr auf jeden Fall noch genügend Ressourcen habt, damit ihr auch Mauern und sowas bauen könnt. Und dann baut eine schöne Fallback-Line. Ihr könnt auch versuchen, mit den Archern auf jeden Fall was zu verteidigen. Generell ist es sinnvoll, eure Archer-Armee in der Mitte der Base zu platzieren, um sie dahin zu schicken, wo sie am meisten gebraucht werden. Mit anderen Einheiten ist es eher schwieriger, weil die sehr langsam sind. Die Archers sind allerdings sehr schnell und die kommen überall relativ schnell hin, um da auszuhelfen, wo man sie denn braucht. Ja, wenn ihr dann so Fallback-Lines habt, ähm, könnt ihr da auf jeden Fall immer weiter verteidigen. Aber was besser ihr habt, baut sie noch, als dass ihr einfach den Kopf in den Sand steckt, um, äh, aufzugeben. Weil manchmal reißt man das Ruder auf jeden Fall noch rum. Ähm, ja, ihr solltet auf jeden Fall immer überall gucken, wo was ist, ähm, immer den Pauseknopf drücken. Jede, ähm, Seite, wo angegriffen wird, schaut sie euch wirklich genau an und positioniert eure Einheiten dahin entsprechend, dass ihr da, ähm, auf jeden Fall sicher seid. Ähm, dann müsst ihr auf jeden Fall gucken, dass ihr die Einheiten richtig einstellt. Also zum Beispiel die Sniper solltet ihr so einstellen, dass sie die hochrangigen Ziele, also die höherleveligen Ziele als erstes angreifen, damit eure anderen, äh, Türme auf die nächsten Einheiten schießen können. Ähm, und die killen dann quasi die schwachen Zombies, machen den Splash-Damage, also diesen, ähm, diesen Schaden, der, äh, alle Einheiten trifft. Und die Sniper, die ja sowieso nur eine Einheit treffen, die sollten dann die höherrangigen Ziele, zum Beispiel die Fettis oder die Harpien oder die Spucker und sowas als erstes killen. Und ja, also mit Doppel-Doppel-Mauern und ganz vielen Executioner und vielleicht auch den einen oder anderen, äh, Schocktower kriegt ihr eigentlich alles gut verteidigt mit den Thanatossen. Und, ähm, und wenn alles nichts hilft, dann mauert euer, äh, letztes, ja, euer letztes, ähm, oder euer Haupthaus, mauert das einfach ein, reißt das Zeug außenrum ab und, ähm, platziert eure Einheiten dann in der Mitte, damit ihr die letzten Zombies noch irgendwie, ähm, besiegt bekommt. Also so eine, so eine finale Verteidigung quasi, wenn alle Stricke reißen. Ansonsten sollte das eigentlich, äh, gemacht sein. Wie gesagt, ich fasse nochmal kurz zusammen für die letzte Wave. Doppel-Doppel-Mauern, überall die Executioner, die da stehen, euer Thanatosse, verteilt ihr safe. Die Sniper stellt ihr auf höherrangige Ziele ein, die Archer schickt ihr dahin, wo sie gebraucht werden. Wenn eine Verteidigung standhält, schickt die Einheiten, die da stehen, dahin, wo sie gebraucht werden, also Norden, Süden, Osten, wo auch immer das ist. Und, ähm, dann kriegt ihr auf jeden Fall alles gebacken. Jo, das war's, denke ich. Wenn ihr noch weitere Tipps habt, Pamarillos, dann schreibt sie doch gerne in die Kommentare. Ich freu mich über jeden Daumen nach oben, ich freu mich über jedes Teilen des Videos. Schickt's an eure Freunde weiter. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, die 80-Tage-Version von dem Spiel zu knacken. Und, ähm, dann schaut doch auf jeden Fall auch mal auf Twitch vorbei. Ich spiel das Spiel generell, äh, recht häufig momentan. Und natürlich auch Paragon oder Battlerite, wenn ihr da Bock drauf habt. Ähm, Paragon ist ein cooles Spiel, das ich euch zeigen kann, wenn ihr mögt. Ähm, ja. Und dann hoffe ich, konnte ich euch ein paar schöne Minuten bereiten mit diesem ultimativen Guide. Ähm, und dann sehen wir uns bei einem der nächsten Videos wieder. Ja, danke fürs Zuschauen, denkt an den Daumen und bis dahin, stay pam, tschüss! Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nix verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch. Treti, schick den Kommentar, denn das heilt und es spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch, drückend, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsbrot.